ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wir bereiten auch noch ein Update für die Webseite vor, dass ein paar Fehler auf der Webseite noch behoben werden, die euch den Bestellprozess ein bisschen erreichten sollen. Sobald das passiert ist, schicken wir euch über unseren Newsletter die Information raus, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Wenn ihr also Interesse an der Box habt, abonniert unseren Newsletter. Das Formular dazu findet ihr im Footer bei uns auf der Webseite ganz unten. Die Box selbst ist limitiert auf 50 Stück. Das heißt, es wird abzüglich der Boxen, die wir jetzt auf dem Stammtisch von Chris verlost haben, nur diese Anzahl geben. Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn die ausverkauft ist, gibt es leider keine mehr. Bis zum nächsten Mal.